Weil auch aus Klimagründen gäbe es natürlich viele Gründe, alles dafür zu tun, dass Kriege beendet werden und auf keinen Fall Kriege mit Munition und Waffen zu geliefern. Einfach Krieg beenden. Wir könnten nach jeder Zeit auf einfach sagen, so sch- Ja, könnte man. Das ist tatsächlich der Fall. Der Westen hat damals einen Frieden verhindert. Und ein Frieden wäre immer noch möglich. Stopp. Und Putin so, oh. Und diese Behauptung, die Ukraine könne ihr gesamtes Staatsgebiet einschließlich der Krim zurückzuerobern, das sind Lügen. Das stimmt nicht. Die Ukraine kann das schlicht und ergreifend nicht. Sie hat nicht die militären Kapazitäten. Das sagt euch jeder Militär, jeder, der sich damit ein bisschen beschäftigt hat. Also Russland hat einfach viel mehr Soldaten, die es an der Front verheizen kann. Russland kann diesen Krieg länger durchhalten als die Ukraine und deswegen wird die Ukraine es schlicht und ergreifend nicht schaffen, Russland und große Gebiete abzunehmen, sondern eher im Gegenteil. Je länger dieser Krieg dauert, je länger dieser Krieg dauert, desto schlechter wird die Verhandlungsposition der Ukraine sein. Das sehen wir doch gerade täglich. Wir sehen doch, wie das von der Ukraine kontrollierte Gebiet immer kleiner wird. Wir sehen doch, wie die Rekruten in den ukrainischen Einheiten immer älter werden. Wir sehen doch, wie groß die Soldatenfriedhöfe in der Ukraine sind, auch wenn wir noch keine genauen Opferzahlen haben. Also was soll man denn dazu sagen? Also man kann das natürlich alles leugnen und sagen, die Ukraine wird gewinnen. Ähnlich wie deutsche Militärs im Sommer 1918 noch den Deutschen erzählt haben, wir gewinnen diesen Weltkrieg. Wir müssen den Krieg weiterführen. Wir dürfen auf keinen Fall verhandeln. Aber ja, irgendwann ist sowas schlicht und ergreifend nicht mehr realistisch. Also man kann sich eine ganze Zeit in Wunschträumen verstricken, aber wenn die militärische Lage das nicht mehr hergibt, dann wird abgerechnet werden. Und da wäre es hinterher dann immer besser gewesen, wenn man auf diejenigen gehört hätte, die schon früher Frieden wollten. Das war im Ersten Weltkrieg so und das wird auch heute noch so sein. Aber auch in allen anderen Fragen ist der Regierung... Und die Bild zitiert. Gut, sehr gut. Qualitätsjournalismus ist wieder am Start. Es ist mittlerweile auch offiziell bestätigt, dass die Bundesregierung diesen Krieg unterstützt. Das wurde von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik gesagt. Um russische Militärkapazitäten zu verbrauchen. Also russische Soldaten, russische Militärproduktion, die soll an der Front verbraucht werden, damit Russland nicht weiter aufrüsten kann. Also das offizielle Ziel dieses Krieges, militärische Produktion in Russland nicht mal zu schwächen, sondern zu verbrauchen. Und auf der anderen Seite werden natürlich auch China verbraucht. Also das ist die zynische Sprache, in der diese Machtstrategen sprechen. Die DGAP, Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik, wird ein Video auf meinem Erstkanal kommen. Die wurde in Kooperation von Ketham House und dem Council in Foreign Relations gegründet. Das ist eine transatlantische Denkfabrik, in der zahlreiche hohe deutsche Politiker im Präsidium saßen. So beispielsweise Norbert Röttgen. Und ja, die machen deutsche Außenpolitik. Also da werden die Strategien für unsere Außenpolitik diskutiert. Und die sind natürlich stramm transatlantisch. Kein eigener Gedanke gefasst, sondern es wird das gemacht, was den Interessen der USA am ehesten dient. Auf jeden Fall bringt sie einfach super viel Blödsinn. Und was halt eben Gichtgallop bedeutet. Gichtgallop-Argumentation. Und du bringst einfach super viele Fakten und super viel Schwachsinn auf einmal schnell hintereinander. Und der Gegner sozusagen, mit dem du diskutierst, hat es dann sehr schwer, das alles nochmal aufzudröseln und aufzurollen. Das ist dann einfach sehr anstrengend. Und das macht sie de facto. Sie klammert sich einfach an allem. So, äh, im Krieg, das ist ja auch schlecht für die Umwelt. So, okay. Ja, mit Gichtgallop kennt sich Dara aus. Und ja, was ist jetzt an dem Argument falsch, möchte ich fragen. Also so ein Krieg ist schlecht für die Umwelt. Ich habe mal gelesen, dass das Militär für ungefähr 10% der weltweiten CO2-Emissionen verantwortlich sein soll. Checkt das mal bitte im Chat. Checkt mich mal, falls ich falsch liegen sollte. Aber ungefähr 10%. Und das ist die Größenordnung, in der wir uns bewegen. Und sich vernünftige Abrüstungsverträge. Wir werden unser Militär mittelfristig nicht ganz abschaffen können. Aber wir können das doch zumindest 80, 90% reduzieren. Also hier in unserer europäischen Nachbarschaft. Russland bräuchte doch keine so große Armee, wenn sie keinen Krieg in der Ukraine führen würden. Wenn sie nicht dauernd sich auf Stellvertreterkriege mit der NATO vorbereiten müssten. Dann könnte Russland doch auch deutlich abrüsten. Dann könnten wir auch deutlich abrüsten. Dann könnte China auch deutlich abrüsten. Dann könnten auch viele andere Länder deutlich abrüsten. Also dann bräuchten wir viel weniger, ja nicht nur CO2-Emissionen. Also Krieg ist ja auch aus anderen Gründen extrem umweltschädlich. Also was da für Giftstoffe bei der Entsorgung von militärischem Abfall in die Umwelt gelangt. Uranmunition hat gerade einer im Chat geschrieben. Also die über Jahrzehnte hinweg den Boden verseucht und zu einem Anstieg von Krebserkrankungen führt. Also es gibt so viele Gründe, warum wir nicht noch mehr Ressourcen in Kriegsproduktion stecken sollen. Zumal wir diese Ressourcen ja sinnvoller einsetzen können. Also wir können Panzer bauen, wir können aber auch Züge bauen. Und das eine, das nützt uns was. Das sorgt dafür, dass die Deutsche Bahn pünktlicher kommt. Das sorgt dafür, dass wir ein angenehmeres Leben haben. Und das andere, das sorgt dafür, dass sich die Kriegsgefahr erhöht. Und das auf der anderen Seite, die andere Macht jetzt auch einen Anreiz hat, auch wieder aufzurüsten, um unsere Aufrüstung auszugleichen. Also wir müssen uns entscheiden, was wir wollen. Frieden oder Krieg. Kooperation und Zusammenarbeit mit Ländern wie Russland oder Aufrüstung und Stellvertreterkriege. Und ich bin eben für Ersteres. Ich bin dafür, dass wir auf friedliche Kooperation setzen. Aber man könnte auch argumentieren, Moment mal, im Krieg werden zum Beispiel sehr viele Betriebe runtergefahren. Weil es ist halt gerade Krieg. Es wird sehr wenig Auto gefahren zum Beispiel in den Städten. Weil die Leute haben halt alle eine Ausgangssperre und verstecken sich in irgendwelchen Bunkern. Also ein Krieg sorgt auch dafür, dass die Wirtschaft sehr stark in vielen Bereichen runtergefahren wird. Deswegen kann man nicht einfach sagen, ja Krieg ist halt einfach offensichtlich schlecht fürs Klima. Ich wette, dass die Waffensysteme am Ende wirklich wesentlich mehr verbrauchen als alles andere. Aber die Sache ist wieder komplizierter. Punkt ist, sie... Ich wette, dass man eigentlich nicht recht hat, aber oh, jetzt habe ich mir selbst widergesprochen. Okay. Ist halt alles egal. Sie greift halt nach jedem Strohhalm und wirft einem einfach alles entgegen, was sie finden kann. Und man hat dann... Ist super schwer, weil in der Regel dauert es eine Minute Blödsinn zu erzählen, aber 20 Minuten gefühlt diesen wieder zu entkräften. Und darauf setzt sie gerade. Du hast ja gerade selber bestätigt, dass das kein Blödsinn war, sondern dass sie wahrscheinlich recht haben wird. Ganz abgesehen davon, dass Kohle schon bekanntermaßen die schmutzigste... Ja! Solitopia sagt es ja immer wieder. Wenn diese Leute über andere sprechen, dann meinen sie in Wirklichkeit sich selber. Die projizieren. Ich meine, es ist ja auch einfach. Du weißt ja, was deine eigenen Unzulänglichkeiten sind. Ich traue ihnen dieses Maß an Selbstreflexion tatsächlich zu. Aber dann sagen sie einfach, okay, der andere hat das. Wenn man weiß, was bei einem selber schief läuft, dann unterstellt man das einfach dem anderen. Das ist ja einfacher, als sich komplett irgendwas über den anderen auszudenken. Das fällt einem schon extrem oft bei diesen Baukisten. Klimaschädlichste Form der Energieerzeugung ist. Ja. Trotzdem wird jetzt nochmal so richtig viel Dreck und Gift und Stickoxid in die Luft geblasen. Na, wie war das noch vor kurzem? Ja, aber wenn die Bäckerei eine Photovoltaikanlage auf ihr Dach schnallen soll, dann ist sie ja auch nicht zufrieden. Dieselautos nicht in die Innenstädte. Die Kohlekraftwerken, kein Problem. Viel Vergnügen für die, die das dann alles einatmen dürfen. Aber der Wahnsinn geht weiter. Da wir russisches Öl, das uns in Pipelines geliefert wird, also auf dem immerhin emissionsärmsten Weg, weil wir das aus hehren Menschenrechtsmotiven nicht mehr kaufen dürfen, beziehen wir in Zukunft lieber russisches Öl, das zunächst einmal nach Indien geliefert wurde, dort verarbeitet wurde und dann mit großen Tankern und Schiffen. In Deutschland holt man 80 Jahre nach Kriegsende immer noch Blindgänge aus der Erde. Das kontaminiert Jahrzehnte den Boden und das Grundwasser. Ja, absolut. Absolut. Also ich sage es ja, Krieg ist extrem umweltschädlich. Da braucht man jetzt gar nicht mal das CO2 zu. Und ganz viel Rauch und Dreck zu uns verschifft wird. Klasse CO2-Bilanz. Aber klar, wir sind ja die Guten. Auch 1902 ist endlich tot. Igittigitt. Wollte Habeck, wollten die Grünen schon immer. Russisches Pipeline-Gas, das geht gar nicht. Russisches Flüssiggas, das den langen Weg über Europa hinter sich hat und jetzt über Frankreich auch nach Deutschland kommt. Ja, das ist natürlich was ganz anderes. Das hat das Gütesiegel unserer edlen Grünen. Aber es kommt noch besser. Denn den größten Teil des russischen Pipeline-Gases, des unstrittig, umweltfreundlichsten und am wenigsten schädlichen fossilen Energieträgers, wollen Habeck und Co. ja anderweitig ersetzen durch amerikanisches Fracking-Gas, nämlich eine Form der Gasgewinnung, die Boden und Umwelt vergiftet und das Klima am meisten schädigt, annähernd so stark wie das Verheizung von Kohle. Aber Putin darf den Wirtschaftskrieg natürlich nicht gewinnen, auch wenn dabei das Klima entsteht. Da wäre es jetzt mal ganz interessant gewesen zu erfahren, wie viel Öl geht denn zum Beispiel über Indien nach Europa, was die vorher in Russland eingekauft haben. So sind das unfassbare Mengen. Ist das ein großer Prozentsatz? Oder macht das da irgendeine kleine Firma irgendwo und verdient sich damit ein paar Tausender? Man weiß es nicht, aber anscheinend wird es gemacht. ... gültig auf der Strecke bleibt. Na und schlimmer noch, der angebliche Ökowirtschaftsminister Habeck treibt aktuell Projekte voran, die für unsere natürlichen Lebensgrundlagen verheerende Auswirkungen haben können. Aktuell fordert die Deutsche Umwelthilfe eine sofortige Umweltverträglichkeitsprüfung für das LNG-Terminal Wilhelmshaven. Hintergrund ist, dass Habeck das Terminalschiff offenbar von der Restrampe der anderswo nicht mehr genehmigungsfähigen LNG-Schiffe gechartert hat. Denn wissen sollte man, dasselbe Schiff hatte in Australien wegen nicht akzeptabler Umweltfolgen keine Betriebserlaubnis erhalten, weil es das Meerwasser mit derart hohen Konzentrationen von Chlor versetzt, dass zumindest die Australier das nicht vor ihren Küsten haben wollten. Das Problem ist, all ihre Argumente, die sie da anführt, Es läuft ja alles darauf hinaus, dass sie gerne möchte, dass Deutschland einfach das Gas weiter aus Russland bezieht. Und es ist, dass sie komplett recht hat. Ich jetzt nichts dagegen sagen kann, aber Gas aus Russland zu beziehen, spricht ganz normal Handel mit Russland zu treiben wie mit jedem anderen Land, das wäre ja sich Putin zu unterwerfen. So, aber damit ist ja, sind ja all das, was sie da sagt, ist ja damit nicht gelöst. Also damit ist ja, das Gas aus Russland ist ja nicht plötzlich umweltfreundlicher. Sondern es ist halt einfach nur das Gas aus Russland. Die restlichen Probleme bleiben ja. Die werden nicht wirklich signifikant besser. So, also wenn sämtliche Optionen nicht die Probleme lösen, wenn es um den Umweltschutz geht, ja dann können wir auch einfach auf das Gas aus Russland verzichten und das versuchen woanders herzubekommen. Exakt. Wir können das Gas aus Russland beziehen. Aber weg ist das offenbar egal. Das tolle LNG-Terminal, dass das Zeug hat sämtliche... Das Gas aus Russland ist das umweltfreundlichste und das günstigste. ...meeresorganisation...